Heute bei Hour of Power. Möchten Sie die Freude am Leben wiedergewinnen? Dann lassen Sie sich von Bonnie St. John ermutigen. Sie verlor durch eine Amputation bei ihrer Geburt ihr Bein, wurde als Kind sexuell missbraucht. Sie überlebte und gewann eine Silbermedaille im Skifahren bei der Olympiane. Das ist Gottes Geschenk für mich. Obwohl ich so viel Schmerz erlitten habe, kann ich vor Ihnen stehen und sagen, egal welche Schmerzen Sie durchgemacht haben, ich weiß wie das ist und doch können Sie Freude finden. Hören Sie auch die großartige Stimme des Tony Award-Gewinners Brian Stokes Mitchell. Wissen Sie, wo Ihr Leben hinführt? Heute zeigt Ihnen Sheila Schülle Coleman die richtige Richtung. Tappen Sie im Dunkeln? Fühlt sich Ihr Leben an, als wäre es Nacht? Und Sie sehnen den Tag herbei? Jesus ist der helle Morgenstern. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Beteategorien Glocke Z executionen Mai Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020